Longwick ist eine französische Gemeinde mit 8.981 Einwohnern im Département Côte d'Or in der Region Bourgogne-Franche-Conte. Sie gehört administrativ zum Arrondissement Dillon sowie zum Kanton Zenove und ist Mitglied im Gemeindeverband Grand Dillon. Geografie Die Gemeinde liegt im Ballungszentrum südlich von Dillon. Sie grenzt im Norden an Dillon, im Nordosten an Seneschai-Ledillon, im Osten an Neu-Li-Ledillon, im Südosten an Auges, im Süden an Fenei, im Südwesten an Masan-Eilakot und im Westen an Côte d'Or. Das Gemeindegebiet wird von Fluss Auche durchquert, der auf der linken Seite den Nebenfluss Susen aufnimmt. Im Flussstall verläuft auch der Canal de Bourgogne. Geschichte Während des Zweiten Weltkriegs gab es in Longwick ein Kriegsgefangenenlager. Felix Geyer ermöglichte rund 5000 Insassen die Flucht. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Infrastruktur, Niederlassung der Firma Lennox International, der Flughafen Dillon-Bourgogne als ziviler Abfertigungsbereich des Militärflugplatzes Basel-Irien 102 Dillon-Long-Wig, Sehenswürdigkeiten, Église Saint-Pierre, Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert, Forte-Bourgogne, Befestigungsanlage aus dem 19. Jahrhundert, Monumenthistorik, Persönlichkeiten, Majid Boukhera, Algerisch-Französischer Fußballspieler, Städte-Partnerschaften, Florenes Belgien, Maxdorf Deutschland, Diawara, Senegal, New Holland USA, .